Hallo zusammen, willkommen zu Folge 46a von Silvers Cocktailkunde. Ein kleiner Anhang an das Video vom letzten Mal, wo ich den Gewürztee aus Surama präsentiert habe. Im letzten Video habe ich das als kalten Drink gemacht, aber man kann das Ganze natürlich auch als Heißgetränk machen. In dem Fall einfach in das Teeglas alle Zutaten außer den Tee einfüllen, durchrühren, damit alles schon mal schön vermischt ist. Dann den heißen Tee dazufüllen, noch mal umrühren und voilà, schon hat man das Ganze als heißes Getränk. Und das war es dann auch schon wieder von mir für dieses Video. Danke fürs Zusehen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Und bis dahin, macht's gut und Prost.